Musik Tja hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Oscar von The Walking Dead Legen wir auch gleich los, bevor der Part schon wieder ewig in die Länge gezogen wird Oh yeah Schauen wir uns mal die Bilder an Kunst Sensationell Schau Aber Schau 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 So Are you ok Yeah Let's keep it Du, 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 du. So, reden wir mal mit unserem Besten. Toll. Ja, dann gehen wir einfach mal zur Tür raus, da wo keiner sucht, ne? Hätte ich mal gesagt. Was? Nothing other than personal items in here. Looks like we can stay off the streets all the way to River Street if we're careful. Let's go. Das muss doch wehtun, wenn man jedes Mal auf den Stumpf da, ne? Aber anscheinend doch nicht. You the next. Das sieht doch ganz gut aus. Oh shit. Das sieht nicht gut aus gerade. Oh shit. Me in my fucking mouth. Holy fuck. What are we gonna do? Kenny and I can handle this. Dude, let me help you. You're already hurt. Even more reason we all don't need to risk it. You worry about her. And if all this goes bad, you might be Clementine's last hope. Will, keep an eye out. Ow. Ow. I'm okay. I'm okay. Just get me out of here. Shh. Quiet, Ben. Or they'll be on top of us. Yeah. Try to keep your mouth shut. I'm sorry. Just get me up. My legs hurt, I think. We're gonna get your ass up. Oh shit. I thought you... Oh shit. Fucking hell. What is it? I'm okay. I'm okay. I know. You're right. Are you sure? We can... Ow. 0 全 Fuck! Oh Gott, nicht die Leute zu mir! Haben Sie noch keine Böse? Es gibt nur eine in mir. Ich bin weg. Shit. Geh weg hier. Was? Geh zurück! Sie braucht dich, Lee! Kenny! Das ist nicht ein Gespräch! Hell no, Mann! Ich bin nicht verlassen! Was habe ich gerade gesagt? Los geht's, Ben, und raus! What the fuck, Kenny? Lee... Lee... Es ist okay. Nein, Ken! Nein, es ist nicht! Es ist nur etwas, was ich muss machen. Du kennst das. Go get that girl! Back, ihr Sons of Bitches! Verdammt, Kenny! Verdammt, Kenny! Oh, fuck! Kenny, please! Also sowas nenne ich den besten Freund! Und wirklich den besten, alter Schwede, ey! Verdammte Scheiße! Was ist passiert? Was ist passiert? Was ist passiert? Nie Problem. Ich probiere mir zu helfen. Was ist passiert? Bind! Es war einfach zu viele von ihnen. Ben war wirklich verletzt und... Ich weiß nicht... Es gab nichts anderes. Gott... Damn! Gott! Ich hörte ein Schuss. Er kämpfte ihn. Er versucht zu, zumindest. Sie sah sie sterben? Keine Ahnung. Entschuldigung, Leigh. Er hat das, was er hatte. Bis zum Ende. Wir müssen gehen. Genau hinter dir. Tja. Gleich zu Beginn. Ein bitterer Rückschlag. Außer zu machen. Das ist das Spiel. Ach Scheiße. Das ist so. Du willst zu sprechen? Keine war mein Freund. Er könnte schwer sein, aber... Ich habe ihn mit ihm die ganze Zeit. Also... Wir waren assholes zusammen, ich glaube. Schau, Leigh. Das ist eine schütte Zeit. Aber ich will etwas zu machen. Was ist es? Jetzt mit Keine, weg. Das bedeutet... Omid und ich müssen sich sicher bleiben. Für sie. Ich schaff das. Ich gehe auf jeden Fall. Ich mache alle die Schmerzen. Das ist keine Ahnung. Das ist was ich zu sagen, nebchlich. Das ist was ich zu sagen. Das ist was ich zu sagen. Das ist was wir müssen tun. Wir müssen tun. Fah! Da haben wohl schon mehrere versucht, über die Dächer zu fliegen. Das werden sie wohl auch geschafft haben. Ooh hohohoho. Shit. What the fuck? Oh man. Dass das Spiel einen zwingt, hier runterzuschauen. Ja, ich mein so schlimm ist es jetzt auch nicht aber. Hey. Kein Problem. Even the buildings are full. They never know where their next meal is. That's a thing to say. I... I didn't mean... It's fine. Let's go. Well, at least it doesn't look like a death trap. Who's going first? The moment is so cool. I find it totally cool. I'm looking for two. I'm obviously not doing so hard. Decision doesn't make itself. I'll go first. In case anything happens out there. You sure? Yeah. Yeah. It's quite high. But there is already the hotel. So it's only this one option. Just go nice and slow. Oh, that's wackelt. It's really bad. Almost there. It's an easy crossing. Good. Oh, fuck. Shit. Are you okay? Fine. I'm kind of fucked here. What are you gonna do? I'm going for it. Going for it? What does that mean? It means I'm already bitten. I just have to push my way through. What the fuck? But maybe you got to it fast enough. Maybe you'll be fine. I can't risk losing more time on a long shot. Let's meet outside of town. By the train. Are you nuts? It's the only way. Do you hear me? Yeah. By the train. Jesus. We'll be there. That was a look. 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 Vielleicht nicht dort erscheinen. Aber. Kriegen wir schon. Inferktet. Alter. Jetzt geht's ins offene Gefecht, meine Freunde. Bäm, bitch. Und zack. Bäm. Ihr kleinen Huren. Was? Bäm. Niemand hält mich auf. It's the only way. One-man-Army. Das muss alles ziemlich schnell gehen gerade. Mehr stelle ich gerade fest. Ich weiß gar nicht, ob man hier eine falsche Entscheidung treffen kann. Jesus. Direkt durchgezündet. Moment mal. Das Auto kommt mir bekannt vor. Vielleicht wisst ihr es noch. Jesus. ich sehe fast schon selber aus wie ein walker ich sehe schon so was von verreckt aus das ist schon nicht mehr schön what the fuck i got us adjoining rooms hello okay this is civil also you look horrible of us and you're missing an arm go over there put your things down let me out who's out there uh-huh who's up quiet please sweetie your things there just be cool do i not seem cool good go sit down do you know who i am you know i don't know anything about you you wouldn't people like you don't so decide now you're thinking who would have it out for me a few weeks back there might have been a station wagon in the forest yeah full of all sorts of food water things you need to survive yeah i'm not some cannibal some killer out in the woods some villain i'm just a dad i coach little league i did take from you your people didn't i didn't agree with it that's what clementine said why didn't you it wasn't right wasn't our stuff that's real good of you look what do you want me to say i don't want you to say anything i want you to know what happened have you ever hurt somebody you care about not on purpose if it were on purpose you'd be a sociopath i hurt her so bad my son adam went missing i took him out hunting even though my wife said he was too young i figured he had to learn i came back without him and the look on her face said you are a monster we all went out looking for him we never found him i hurt her so bad and then we came back and all our stuff was gone your people that asshole in the ball cap his stupid fucking wife i could have earned her trust back if they hadn't made our situation so desperate i'm sorry the hungrier we got the more she blamed me until she finally took our daughter elizabeth and left they didn't get far i found them a day later in the road do i look like a monster to you we all do some more than others i'm not like you you walked a little girl into a dairy full of sick people and let them get their hands on her i was trying to find someplace safe for her you abandoned a defenseless grieving woman you weren't there how many times did she almost die with you that's not the whole story the whole story how could you know all this it was so clear clemton had the whole time over the entire series of what we have seen all of them you're a monster you're a murderer and a thief and i'm gonna hurt you so bad just give me clementine back i'd rather kill her myself because that's what will happen if she goes with you after i found clementine on my radio i wasn't even mad at you i was coming for the others for revenge but the more i heard about the things you did and the danger she was in our plan changed lead listen to me i need you to hear this before what happens next i can take care of her we can have a family i bet you don't even know how old she is she's eight wrong she's nine but her birthday was six days ago i know how to be a dad you know she wouldn't be exposed to what she has been with you that's not happening you're crazy keeping her with you is crazy let us go no no i don't think so you're going away and we're starting a new family hey honey i think this is all gonna work out what are you i'm glad too i wish you wouldn't have had to get this bad but it's all over hon isn't it just about i hate seeing you like this i just miss your smile honey i miss you so much tess you're gonna like clementine a lot though she's not lizzie but she's sweet she wouldn't hurt a fly ich mach dich kalt du sau das kannst du retten bam du kleine bitch ich hab zwar nur einen arm ey bam boah alter wie schwer geht denn das oh shit oh my god alter schwede jetzt hat doch sie den lebenden getötet das erste mal oh shit i i it's okay it's okay i your arm's gone why that's so scary i had an accident we'll talk about it somewhere safe you don't smell good yeah i know did he hurt you no not really i'm sorry lee clea it's okay we need to get you somewhere safe and then we have to talk okay yeah everything's okay now we need to figure out how to get out of savannah as fast as we can too hey you saved me it's my fault everything is dangerous like you said it's okay you learn so so ich würde sagen ich beende hier den part ja ich weiß das ziemlich ungerecht aber es ist halt es sind schon 27 minuten und so ich hoffe es hat euch gefallen schreibt mir in die comments wie ihr das findet was hier gerade abgegangen ist ob ihr euch an die szene mit dem auto erinnern könnt ich werde die folge also ich werde hier oben nochmal einen link einploppen lassen auch nochmal in der endcard diesen einen part wo sich das szenario abgespielt hat mit dem kombi für die die es nicht wissen oder später eingeschaltet haben und wie schon gesagt wir sehen uns auf jeden fall im nächsten part wieder vergesst nicht für mein faq special oder für das für die highlights vorstellung irgendwas in die kommentare rein zu schreiben beim letzten video habe ich das ganze nochmal angekündigt und ich würde sagen bis dahin servus und baut keinen müll bleibt anständig bis dahin ciao